Hast du schon mal den Knopf unter der Ampel gedrückt, weil du gehört hast, dass es dann schneller grün wird? Es gibt sogar Theorien darüber, über einen bestimmten Rhythmus zum Triggern, aber das ist alles Mythos. In Wirklichkeit ist es für Menschen mit keiner oder eingeschränkter Sehkraft, die dadurch ein akustisches Signal, meist ein Surren, anfordern, welches zu einem vibrieren wird, wenn es auf grün umschaltet.